Die DHV News vom 24. November 2023 Countdown Schweizer Modellprojekte, weitere 1000 Probanden gesucht Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, AWAY Medical und DIRKS GROSCHOP Herzlich Willkommen bei den DHV News. Kleine Vorbemerkungen, zwei Stück. Nächste Woche gibt es keine News, aber dafür unseren Spendenaufruf. Die Weihnachtsspendenkampagne geht nächste Woche wieder los, wie jedes Jahr vom 1. Dezember bis 15. Januar. Dazu aber später mehr, nächste Woche mehr. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, nur dass ihr Bescheid bist. Nächste Woche keine regulären News. Und zweite Vorbemerkung. Akzept e.V., unser Partnerverband für akzeptierende Drogenarbeit, hat den 10. Alternativen Drogen- und Suchtbericht herausgegeben. Da ist unter anderem auch ein Artikel mit drin, der so die Vorgänge beleuchtet, seit die Ampelkoalition den Koalitionsvertrag vorgestellt hat und gesagt hat, wir wollen Cannabis legalisieren, wie die Diskussionen seitdem so gelaufen sind, was sich verändert hat und so weiter. Aber es gibt eben auch jede Menge Artikel zu anderen Drogenpitchen-Themen über Hand hinaus. Und das macht ja auch den besonderen Wert sozusagen aus dieses Drogen- und Suchtberichts. Wer sich also da ein bisschen allgemeiner mal informieren will, was die schlauen Leute so alles an der prohibitiven Drogenpolitik auszusetzen haben, kann da mal einen Blick reinwerfen. So, jetzt aber zum Thema des Tages, Countdown. Da improvisiere ich jetzt auch ein bisschen. Es gibt gar nicht furchtbar viele Informationen. Das ist genau das Problem, mit dem wir jetzt irgendwie umgehen müssen. Und wo auch ganz viel Ärger da draußen unterwegs ist und irgendwie Protestwille sozusagen. Keiner kann mehr nachvollziehen, was eigentlich da passiert, weil nichts passiert. Also, es war ja so, dass am 6. November die Anhörung stattgefunden hat, wir da auch sehr gut unsere Themen platzieren konnten, so die größten No-Gos im Gesetz eben nochmal formuliert haben. Und auch dank euch mit Riesenverbreitung seitdem im Prinzip immer wieder gespielt haben, auch durch die kürzen Videoclips hier zu den einzelnen Themen, haben wir nochmal mit Riesenverbreitung sozusagen Ausrufezeichen dahinter gemacht, hinter die Punkte, die da nochmal geändert gehören. und ein bisschen was ist wohl auch geändert worden, aber ich habe letzte Woche ja schon erzählt, die Einigung ist eigentlich da, zwischen den Ampelfraktionen. Lauterbach hat schon gesagt, worauf sie sich nicht geeinigt haben oder was er sozusagen durchgesetzt hat, nämlich, dass nach wie vor kein Konsum in den Clubs möglich sein soll und auch keine essbaren Produkte in den Clubs vertrieben werden sollen. Aber was sich verbessert hat, hat er nicht gesagt, ja, und auch das macht natürlich die Stimmung nicht gerade besser. So wissen wir ja gar nicht jetzt letztendlich, was da sich verbessert hat. Jedenfalls nicht offiziell. und von daher wird Zeit, dass da mal die Informationen kommen sozusagen. Ja, damit man eben auch sieht, wofür ist denn jetzt diese Verzögerung passiert. Ja, weil letzte Woche gab es eben die Abstimmung nicht, wie geplant eigentlich ursprünglich für Mitte November, weil eben gesagt wurde, wir müssen noch verhandeln und da ein paar Verbesserungen erzielen. Was wohl jetzt passiert ist, die Einigung ist halt jetzt schon über eine Woche fertig und ich gehe auch davon aus, dass mittlerweile das Ganze verschriftlicht ist. Deswegen war ja auch die Verzögerung, weil man sagte, die Einigung muss jetzt noch in Paragrafenform gegossen werden. Aber ist halt noch nach wie vor vollkommen unbekannt. Und dieses Dokument ist bis jetzt nicht geleakt worden oder vielleicht auch mehrere mit Änderungsanträgen zum Hauptgesetz. Auf jeden Fall ist das alles da. Gehe ich von aus, sei es fertig und kann jetzt in die Abstimmung gehen und tatsächlich noch bis zum Ende des Jahres durchlaufen, um dann eben auch den Bundesrat im Februar zu erreichen und wenigstens den Zeitplan bis, sagen wir mal, 1.4. irgendwie einzuhalten. Und jetzt ist eine weitere Verzögerung eigentlich nicht mehr nachvollziehbar. Und trotzdem stellt sich die Frage, wo bleibt das Ding? Also, wie gesagt, nichts vorgestellt und auch auf den Tagesordnungen nichts zu sehen. Für den Bundestag nicht, aber auch für den Gesundheitsausschuss nicht. Das ist bis jetzt in der Debatte, die ich so gesehen habe, wenig thematisiert worden, dass er zuerst eigentlich vor allem der Gesundheitsausschuss nochmal darüber entscheiden muss. Da ist ja auch die Anhörung gewesen im Gesundheitsausschuss. Die müssen jetzt eine Beschlussempfehlung an den Bundestag machen, also dieses neue, renovierte oder ein bisschen veränderte Gesetz nochmal sich vorlegen lassen und mit Beschlussvorlage sozusagen an den Bundestag, ans Plenum weiterreichen. Und sagen hier, so, das ist das fertige Gesetz, bitte mal zustimmen. Das sind Sachen, die noch aussteht, aber auch im Gesundheitsausschuss nächste Woche steht Cannabis bisher nicht auf der Tagesordnung. So, und jetzt haben wir halt eine Situation, wo klar ist, okay, da ist irgendwie Gesandt im Getriebe, ja, da läuft irgendwas nicht. Muss man natürlich die große Politik dahinter auch nochmal sehen. Die Ampelregierung ist gerade in einer ihrer größten Krisen, weil das Bundesverfassungsgericht gerade geurteilt hat, dass eins dieser Sondervermögen, was ja eigentlich Sonderschulden sind, nicht verfassungsmäßig ist. Corona-Hilfen umzuwidmen in Klimafonds sozusagen, war nicht in Ordnung. Und jetzt zählen da auf einmal 60 Milliarden im Bundeshaushalt, die irgendwo herkommen müssen und da eben auch wichtige Ampelprojekte von betroffen sind. Ja, die Grünen müssen in ihre ganzen Klimainvestitionen bangen. Die FDP darum, dass jetzt doch wieder eine Schuldenbremse, also die Schuldenbremse weiter aufweichen muss, um das irgendwie mit weiteren neuen Schulden aufzufangen irgendwie, wo sie doch die Hüte der Schuldenbremse sind. Also wirklich sehr grundlegende Themen auch für die Parteien, die jetzt irgendwie eine Rolle spielen und damit zum ersten Mal auch so die Ampel ernsthaft ein bisschen wackelig dasteht. Ja, diese ganzen Befürchtungen, dass die Ampelregierung jetzt platzen könnte, bevor das Cannabis-Gesetz verabschiedet wird, habe ich nicht besonders ernst genommen, weil mir das auch von der Opposition, von der CDU hochgejest vorkam. Ja, von wegen, die sind sowieso alle unfähig, die sind sowieso am Ende. Ja, so was erzählen halt Unionskomiker irgendwie in der Opposition. Da muss man nicht viel drauf geben. Aber das hier, diese Finanzkrise, ist schon eine, die man ernst nehmen muss. Innerhalb der Ampel ist das sicherlich eine Krisensituation. Und die ganzen Abgeordneten und ihre Mitarbeiter sind auch alle mit dieser Krise beschäftigt. Die waren ja gerade in der Haushaltswoche eigentlich, wären sie ganz normal drin gewesen, hätten da auch sich viel Zeit und Gedanken irgendwie rein investieren müssen, wie jetzt die einzelnen Haushaltsposten nochmal verschoben werden vielleicht. Und jetzt auf einmal der ganz große Bang irgendwie und die ganz großen Investitionen stehen in Frage oder auch die Frage, müssen wir uns jede Menge einsparen hier, auch an unseren Herzensprojekten oder was. Das sind natürlich alle irgendwie aus dem Häuschen, haben tierisch viel Arbeit. Und das ist die Lage, in der wir sind sozusagen. Jetzt, wo eigentlich das Cannabis-Gesetz reif ist, ja, der Countdown läuft sozusagen für die Verabschiedung. Mitte Dezember war geplant. Es hat auch noch keiner offiziell gesagt, dass das nicht stattfindet Mitte Dezember, aber es schreibt auch keiner auf die Tagesordnung. Deswegen haben wir jetzt mal angefangen, die parlamentarischen Geschäftsführer der Ampelfraktionen ins Visier zu nehmen, weil die für die Tagesordnung zuständig sind im Plenum des Bundestages und darüber entscheiden, ob das da jetzt kommt oder nicht kommt. Und haben sie jetzt mal gefragt auf Twitter, trotz Elon Musk ist Twitter immer noch die politische Kommunikationsplattform. Also wer auf Twitter ist, bitte mal Handverband gucken und dieses Posting teilen und liken und vielleicht auch bei den angesprochenen Personen auch direkt nochmal nachfragen und ein bisschen zeigen, dass wir das Gesetz noch dieses Jahr haben wollen. Und wenn da keine fünftige Antwort kriegen, dann packen wir nochmal die große Keule aus sozusagen mit einer E-Mail-Aktion, um da nochmal zu zeigen, dass das nicht nur zwei, drei Leute sind, die davon betroffen sind und die nicht jetzt noch weitere Strafverfahren haben wollen, über Monate in Deutschland und da ewig warten wollen, bis die mal denken, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, weil das Ding ist fertig und ausverhandelt. Ob uns das gefällt am Ende, was die da verhandelt haben, ist eine ganz andere Frage. Auf jeden Fall geht jetzt da nichts mehr irgendwie vorwärts oder rückwärts. Das Ding ist fertig und wird jetzt abgestimmt. Ja, soviel dazu. Vielleicht auch nochmal zu vielen Forderungen an uns, ob wir jetzt irgendwie protestieren sollen. Grundsätzlich immer gerne, wenn klar ist, wo tatsächlich ein konkretes Problem liegt, dass es vorliegt, ja, und nicht einfach nur irgendwelche Spekulationen und Gerüchte, sondern klar irgendwie einen Punkt definieren, wo geht irgendwas nicht vorwärts und wer ist dafür verantwortlich sozusagen, um dann gezielt zu agieren. Das ist das, wie wir das machen beim Handverband und nicht einfach irgendwie so nebelbombenmäßig irgendwie rummeckern sozusagen, was auch okay ist. Ja, das macht der Wiedmauer ganz alleine, da brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt für, sondern wenn wir da gefragt sind, dann soll das irgendwie strategisch und politisch auch von der Kommunikation her Sinn machen. Ja, das war da irgendwie auch ein Punkt finden, wo es hakt und den dann irgendwie beseitigen. Habt ihr auch im Bundesrat gesehen, da haben wir auch die große E-Mail-Keule ausgepackt und auch nochmal ein paar Sachen verbessert an den Beschlüssen im Bundesrat. Ja, und jetzt haben wir da wieder den Punkt, ja, wo wieder was hakt, wo ganz klar ist, wo es hakt und wer da irgendwie verantwortlich ist und so weiter. Und deswegen gehen wir da jetzt wieder ran. Vorher die Verschiebung war hinnehmbar, haben wir gesagt, ja, das ist jetzt nicht toll, war nicht so, dass wir das jetzt irgendwie begrüßt haben und irgendwie begeistert waren, dass jetzt schon wieder verschoben wird, die letzte Abstimmung. Aber da wurde ja eben noch gesagt, okay, wir werden dafür eben noch sinnvolle Verbesserungen da rein verhandeln. Das ist eine Sache, da kann man zumindest irgendwie nachvollziehen, ja, wenn dann wirklich am Ende ein besseres Gesetz da ist. Ja, das werden wir ja auch noch sehen erstmal. Und jetzt geht es erstmal darum zu sehen, okay, kommt das Ganze nächste Woche auf die Tagesordnung Gesundheitsausschuss, kommt das Ganze Mitte Dezember auf die Tagesordnung des Bundestages und kann dann verabschiedet werden. Zwischendurch gab es noch die Forderung, das vorzuziehen vor Dezember, was nie der Plan der Ampel war und nie die Ansage war, aber durch diese Haushaltsberatungen, die jetzt stattfinden und die jetzt vertagt wurden erstmal, wann ist natürlich die Angst da, dass jetzt Mitte Dezember stattdessen die Haushaltsberatungen sind und da dann keine Zeit mehr ist für das Cannabis-Gesetz. Aber es gibt noch jene andere Gesetze, die noch dieses Jahr durch den Bundestag müssen. Dafür wird Zeit freigeschaufelt werden und da ist auch noch Platz für das Cannabis-Kontrollgesetz. Oder, ja, Cannabis-Kontrollgesetz hieß ja das alte von den Grünen. So viel dazu, ja, also wie gesagt, wenig Neuigkeiten eigentlich, viel Spekulation, aber genau das war die Anforderung an uns in dieser Woche überall, ja, von wegen, jetzt sagt doch noch was dazu, was ist denn jetzt da los, versteht keiner, was da irgendwie Sache ist. Ja, alles wissen wir auch nicht, ja, aber ungefähr habe ich euch das Ganze jetzt eingeordnet und einsortiert und ich hoffe, dass wir in ein bis zwei Wochen tief durchatmen und sagen, okay, wir haben jetzt das fertige Gesetz, das ist auf der Tagesordnung, das ist im Gesundheitsausschuss schon durch und es fehlt nur noch die finale Abstimmung im Bundestag und an Hamburg. Dann kann ich euch nochmal genauer erzählen, welche Änderungen dann überhaupt auch stattgefunden haben. Aber für heute lasse ich es dabei und wie gesagt, guckt erstmal auf Twitter, teilt das mit den parlamentarischen Geschäftsführerinnen und sonst werden wir auch sicherlich im Newsletter nochmal informieren, wenn wir da nochmal eine größere E-Mail-Aktion starten, um eben noch dieses Jahr eine Entscheidung zu sehen. Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter hanfverband.de Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Dann Burkhard Blinert hat nochmal was von sich hören lassen. Ja, der ist aus der ganzen Cannabis-Diskussion ja weitgehend raus, unser Bundesdrogenbeauftragter, weil Gesundheitsminister Lauterbach das Thema an sich gerissen hat. Ja, immer wenn eine Kamera irgendwo ist, ja, dann redet er über Cannabis und nicht Blinert. Egal, ob da Unsinn bei rauskommt, wenn Lauterbach irgendetwas über Cannabis sagt oder nicht. Hauptsache Kamera. Aber Blinert ist noch unterwegs bei internationaler Drogenpolitik und auch der Reform der Cannabis-Politik. Der hat jetzt wieder mal so ein Forum einberufen. Da habe ich schon mal so einen Bericht gehabt hier vor ein paar Monaten. Diesmal haben sie sich in Lübenau getroffen. Irgendwie hier in Berlin, im Spreewald, kleines Städtchen. Eine Plattform für den globalen Austausch. Internationales Cannabis-Forum, wo Blinert der Schirmherr war. Und da haben Teilnehmer und Delegationen aus Ländern wie Kanada, Kolumbien, Malta, Mexiko, Niederlande, Schweiz, Tschechien, USA teilgenommen. Also großer Bahnhof. Und davor haben sich dann auch schon die Leitungen der Sucht- und Drogenbeauftragten verschiedener EU-Staaten getroffen, die bereits Schritte zur Cannabis-Regulierung eingeleitet haben. Heißt in der Pressemitteilung. Also die Reformer treffen sich und unterhalten sich darüber, was gut funktioniert, wie man gut vorwärtskommt mit dieser ganzen Reformsache im Cannabis-Bereich. Und wo die Widerstände sind, was man eventuell aus dem Weg räumen muss, auch EU-rechtlich. Gibt es überhaupt wirklich Hürden? Und wenn ja, was muss man ändern, um die dann irgendwie loszuwerden? Konkrete Ergebnisse gibt es wieder nicht, wie beim letzten Mal. Aber man bleibt zumindest dran. Und da ist dann Blinert offensichtlich auch mal weiter gewünscht sozusagen und macht da irgendwie seinen Job. Während überall wo Kameras dann sind, Lauterbach die Nase da reinsteckt. Dann haben wir Modellprojekte in der Schweiz. Die haben weitere tausend Probanden jetzt, die sie suchen. Erstmal bei einer weiteren Studie der Uni in Bern. Die soll stattfinden in Bern, Biel. Und an einer Stelle wird im Artikel auch Luzern genannt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt auch zu dem Projekt gehört oder ein anderes ist. Auf jeden Fall gibt es ja schon einige solche Modellprojekte in der Schweiz, wo halt Leute legal Cannabis bekommen. In dem Fall hier geht es um die Abgabe in Apotheken. Und diese tausend Leute werden erst nicht alle Cannabis kriegen, sondern nur zwei Drittel von denen, nee, die Hälfte. Das Ganze läuft 24 Monate. Und die andere Hälfte kriegt erst mal sechs Monate kein legales Cannabis. Soll sich weiter normal auf dem Schwarzmarkt versorgen wie vorher. Und dann kriegen die auch legales Cannabis. Das ist sozusagen so eine Art Kontrollgruppe, um die beiden Gruppen vergleichen zu können. Was verändert sich bei legalem Zugang? So weit, so gut. Interessant ist dann noch, was es da gibt in dem Projekt. Vier verschiedene Sorten Blüten. Zwei Haschsorten. E-Joints mit Tinkturen für die orale Anwendung. Und Tinkturen für die orale Anwendung. Nur Cookies müssen die Leute selber backen, sagt der Studienleiter. Also ansonsten doch relativ breites Programm auch. Interessant. Und die Leute müssen vorher einen Urintest abgeben und der muss positiv sein. Also müssen unbedingt tatsächlich aktive Cannabiskonsumenten sein, um da teilnehmen zu können. Schöne Nachricht geht da vorwärts in der Schweiz. Mit der legalen Abgabe von Cannabis. Während bei uns Säule 2, legale Abgabe, immer noch völlig in Sternen steht. Ja, da ist noch kein konkreter Satz irgendwie aufgeschrieben worden. Soweit jedenfalls nicht öffentlich. Auch da hakt es. Und man muss sich fragen, ob Lauterbach überhaupt noch irgendwas liefert. So, Termine. Haben wir noch drei Ortsgruppen-Termine. Geht flott. Würzburg trifft die Ortsgruppe am 24. November 19.30 Uhr. Heute. Dann Magdeburg, 26. November, 16 Uhr. Und in Heidelberg trifft sich die Ortsgruppe Rhein-Neckar, Montag, 4. Dezember. Das war's. Abonniert den Kanal. Guckt beim nächsten Mal wieder rein. Und wir sind alle gespannt. Ich auch, ob ich dann endlich mal irgendwie was Richtiges verkünden kann und nicht rumspekulieren muss. Guckt aufs Twitter, parlamentarische Geschäftsführer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.